Meine lieben Überlebenden da draußen, da sind wir wieder zurück auf der wunderschönen Farm bzw. Molkerei ist es ja. Und wir wurden in der letzten Folge von den Banditen angegriffen und der eine Kollege, der hat den Pfeil leider voll in die Schulter gekriegt. Das war nicht so toll, aber er lebt zumindest noch. So, und jetzt können wir uns ein bisschen bewegen, lassen wir uns mal gucken. Ja, wir können ein bisschen gucken. Das ist doch mal was. So, hier können wir, glaube ich, rein. Ja, okay. Gut. Was haben wir hier? Für die Kuh. Ach, guck mal, da sitzen die beiden anderen. Sprechen wir sie mal an. Was hältst du davon, das Motel zu verlassen? Was hältst du davon, das Motel zu verlassen? Ja, ich nehme an, du hast dich nicht mit Kenny vertragen. Ich nehme an, du hast dich und Kenny nicht genau auf den Weg hier verstanden. Ich habe versucht, zu sehen, Dinge aus seiner Sicht zu sehen, zu haben, eine Frau und ein Kind und alles zu haben. Aber, zu spüren mit deinem Leben, ist ziemlich stupend, wenn du mir fragen kannst. Lee, ich weiß, dass du und Kenny sind Freunde. Aber du kennst, dass er nicht die richtige Person, um diese Gruppe zu führen, oder? Keine Ahnung. Ja, schwierig. Kann man sehen, wie man will. Auf jeden Fall sorgt sie auch ein bisschen für Disharmonie. Ah, okay. Gut, hier ist, glaube ich, sonst nichts mehr. Oder? Hier, auf wieder Heuballen. Viel Hei. Enough of these might work as adequate cover for Maros, if that becomes a problem. Stimmt, da kann man eine gute Barrikade mit errichten. Da sollten die Pfeile drin stecken bleiben, wenn man da genug hintereinander stapelt. So, jetzt gehen wir mal zu... Oh, was ist das? Irgendwas war hier doch gerade, oder? Ah, ja. Okay. So, da gehen wir gleich hoch. Ich will erst mal hier mit den Kids sprechen. Wenn sie denn mit uns reden. Sicher? Sicher? Happy to push you on this way. Mind if Clementine takes a turn? Alright, Duck. Let Clementine have a try for a bit. Okay. Wie geht's dir? Ja, das stimmt. Hm, wie findest du die Maggerei? Ja, ohne Hoffnung sind wir verloren. Gut. So, kann ich jetzt mit Kenny auch reden? Wahrscheinlich nicht, oder? Ah, jetzt. Hey, Lee. Hast du irgendwas interessant? Ich versuche nur, dass dieses Ort sicher ist. Falls wir entscheiden, das eine mehr langfristige Lösung zu machen. Except für diese Menschen in den Wald. Es scheint ziemlich sicher. Gut, zu wissen. Schau dir die Ecke öffnen, für irgendwas anderes, das nicht hilft uns. Okay. Wie geht's dir? Deine Familie hat es gut hergeschafft. Lili will nicht hier sein. Ich glaube, Lilly ist nicht zu glücklich, dass sie hier sein können. Ich könnte zwei Schiffe über die Lilly will. Duck und Katja brauchen Essen. Und ich bin nicht auf der Motorhof und sie sehen sie fangen. Du bist mit mir auf das, oder? Ja. Okay, gut. Dann gehen wir hoch. Zu den anderen beiden da. Die. Fels. Wie fühlt ihr, Lee? Ich bin wirklich sorry, dass ihr presque getötet habt. Wir sollten euch sagen, wie gefährlich war es. Keine Ahnung. Du hast gesehen, was sie gemacht haben, kumpel. Keiner ist sicher hier, bis wir wiederholen. Aber wie? Die beiden haben wir raus und machen ein Recon. Dann werden wir alle auf ein paar Revenge gehen. Ja. Ja. Wer sind diese Leute in den Häusern? Wir wissen nicht. Wir denken, dass einige von ihnen gearbeitet hat in der Big Box. Ja. 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 Auf los geht's los. Na, sie macht sich jetzt schon wieder Sorgen, ne? Ja. 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 Da ist das Camp. Keiner da. Okay. Schleiche ins Lager. Machen wir. Schön vorsichtig. Auf Zehenspitzen. Bleib wachsam. Oh, oh. Da ist doch bestimmt einer drin. Oh, oh. 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 was in the boxes they're all from save lots the first few days they told folks together to the save lots by the interstate anything worth taking hmm this is too much stuff for just one person trust me these selfish bastards don't stop taking probably just to remind us that it's theirs milchkarton jo und was haben wir da eine kamera a video camera let me see that battery's dead though oh good what else they got over here let's see if we can find anything useful and then get a move on i see you handled that gun i lent you pretty well you a hunter no but lily keeps us all on a regular training schedule lily huh sounds like she's running this democracy of yours ja das konnte er sich jetzt nicht verkneifen warte mal darf ich jetzt ans zelt weil er ist ja jetzt weg kann ich da ja selber mal reingucken ja ja okay was haben wir da ach guck mal the hell put your guns down i ain't going back if you tell him jolene ain't going back oh hey we had a deal no shooting as long as we gave you food what the fuck happened you had a deal with them i ain't them oh i know you i know what you are and i know what you do you don't know me steal my shit steal everything from me we had a deal you people broke it first who the fuck are you look it's not safe up here in the woods you gotta come back to the dairy oh it's a hell of a lot safer up here than down there you best believe now maybe you didn't hear me last time when i asked you sweet put your damn guns down you think i won't kill you i'm gonna take this here crossbow and put a nice sharp arrow right through your eyeball and into your goddamn brain you're not men you're monsters all men are monsters take what they want and then destroy it all take a can of beans take a little girl it's all the fucking same to you you shot mark you psycho bitch who the fuck is mark i don't know any mark you shot him at the dairy fuck i did that's them other people these good buddies with your boyfriend here i guess you met them ain't they nice you know what i changed my mind i'm putting this arrow right through your balls yeah right through string them up on that tree then i'm gonna head down to that farm and shoot every goddamn person i see look there's two of us and one of you no matter what happens one of us is gonna kill you like you could kill me they couldn't kill me they tried killing everywhere take all the dead folks you want we'll make more go on tell him boy tell him what you got in mind wow okay sie wollte gerade irgendwas erzählen you straight up murdered that woman hardly she had a crossbow pointed at my forehead it's a clean shot though right through the forehead that's good shooting right there still what a waste so that's it we going back if they ain't here i don't know where they are then it ain't a good idea to go tromping through the woods looking for them so yeah we head back once they see this they'll get the message okay yeah er ist auch so ein bisschen zwielichtig aber sie war auch ein bisschen durchgeknallt irgendwie die war auch nicht mehr ganz bei sinn mal gucken das wird uns noch mal wenn wir Pech haben wird uns das noch mal äh verfolgen aber gut wir warten erst mal ab Mann, das war ein helles Fahrrad, hm? Jesus, Danny was? du bist nicht so leichter, Marja nicht nach dem, was sie mit deinem Freund getan haben du bist zurück was ist passiert? ich habe es geklärt, Mama das ist nicht so leichter, Terry würde ich wollen Terry? mein husband missen mir every day dann screw it up für everybody then why don't you oh, calm down, Princess I'll do it myself what's going on with them? don't know squabbling looks like a lot of tension with y'all, huh? das könnte man so sagen hmm hmm yeah, you could say that you don't exactly see eye to eye on how we should be doing things well it's probably just the hunger talking and Lee don't worry don't worry your head about them bandits I'm sorry you've seen more violence than I'd have thought in your short time but you all are safe here don't worry Nick, I'll go have a look around don't wonder too far dinner will be ready before you know it and thank your friend Koch again for me she and the kids are in the barn with the cow that woman is a lifesaver okay gut das heißt wir können jetzt in den Stall, wa? und ihr die Mütze geben genau da war ja was da wird sie sich bestimmt freuen die Frage ist nur wie die da hinkamen oh knats guck guck we're gonna we're gonna wait okay it's okay Clementine you can pet her it's okay go ahead Awww Katja sagt, Mabel könnte heute eine Baby sein. Wir sehen uns, Clementine. Was ist das? Daddy hat gesagt, es ist ein Salt Lick. Ja, aber nicht Lick, es ist gross. Du hast Lick? Ich weiß nicht. Okay. So Clem, hier. Okay, ich will. Hey, Lee. Denkst du, dass du immer Kinder haben? Ja. Vielleicht eine kleine Mädchen wie du. Das ist schön. Du wärst ein guter Vater. Danke, dass du mein Hatt gefunden hast. Du bist willkommen, Clem. Willst du die Kugel mit mir? Nein, aber du gehst hier. Okay. So, dann Katja. Wie möchtest du die Kugel, Clem? Sie ist schön. Äh, Katja? Kann ich... Wie möchtest du die Kugel, Clem? Sie ist schön. Ja, das weiß ich. Gut, dann sprechen wir ihn erstmal. Hey, Andy. Ja? Wie geht's der Kug? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, wenn ich ihn jetzt auf die Frau anspreche. Okay. Ähm. Wann denkst du, äh... ...wenn wir essen? Hungry, ja? Nehm. Maman kackt ein gutes Kugel. Okay. Danke. So, Kuh. Hm. Wie magst du die Kugel, Clem? Sie ist schön. Kugel. Ich habe nichts verloren? Nein. Nicht wirklich. Hm. Es ist lustig hier. Wie Manure. Was ist Manure? Kugel. Kinder. Ja gut, ich muss ihn wahrscheinlich darauf ansprechen. Auf die Frau. Ja? Wir haben diese Frau in den Wald. Sie scheint deinen Bruder zu kennen. Äh, ja. Er, äh... Er spricht wahrscheinlich ein bisschen mehr, als er sollte. Danke. Ja. Okay. Was haben wir hier? Futter. Und so. Warte mal. Warte mal. War da noch was drin gerade? Mal gucken. Das sah gerade komisch aus. Ne, okay. Okay, okay, okay. So, dann gucken wir uns die anderen Stelle hier auch nochmal an. Da ist wieder so ein Leckding. Leckstein. Salzleckstein. Hmm. Kennt man ja, ne? So von Pferden und so. Die haben ja sowas auch. I wanna plant in the hay. Just stay close to your mom for now. Okay. I wanna plant in the hay. Ja, okay. Just stay close to your mom for now. Okay. Gut, dann in den nächsten. Hier ist aber auch nichts, ne? Ach, hier. Milchkarton. Guck mal. Empty. Okay. Gut. Haben wir die auch durchsucht? Abgeschlossen. Aha! Lee, sie sind etwas hinter dieser Tür. Ich habe einen schnellen Blick. Sie haben Boxen von Stoff. Etwas mittel und scharf. Nimm dich verraten. Es ist mein Job, verraten zu sein, Lee. Ich habe meine ganze Familie auf dieser Farbe gerade jetzt. Wie geht es dir? Was geht es Clem? Ich werde sie beschützen. Ich werde sie beschützen. Ich weiß, du wirst. Schau. Der Mann mit Katja. Was ist sein Name? Er lockte es richtig tief, als wir kommen. Ich habe definitiv einen Geräusch da hinten gehört, Lee. Was? Mein Punkt ist, wir müssen sicher wissen. Also geh holen einen Hammer oder was. Und ich habe das Ding in einem Moment. Du backst mich auf, in case die Farmer kommen. Hör auf, Mann. Schau das mal. Du, du schraubst den Lock. Dann, was ist es, wenn du falsch bist? Du schraubst einfach deine Chance, um ein gutes Essen zu bekommen, die du dich versuchen, zu schützen. Du schraubst deine Kopf, Kenny. Alles klar, Professor. Was hast du in mir? Lass mich mal schauen, was wir mit uns beschäftigen. Okay. Schraube. Hey, Lee. Du kennst, wie ein Lock, nicht wahr? Nein! Warum würdest du das sagen? Na, du bist... Du bist... Du bist... ...urban? Oh, du bist nicht sagen, was ich denke, du bist. Jesus, Mann. Ich bin von Florida. Ich bin verrückt. Verrückt. Es kommt aus meinem Kopf, manchmal. All right. Sounds like you got a plan. I'll hang around and keep an eye on that guy with the cow. Andy. Shit, I thought that was Danny. Whatever. Can I help you boys find something? Uh... Kenny thought he heard a noise. He's a little jumpy, huh? Well... We're all sure glad, his wife is here. She's a lifesaver. You... You got no idea. Hey, uh... Do me a favor. Don't fuck around with this door, okay? Just... You know... Mama gets nervous. Andrew, I need your help again. No problem. Right away, Doc. Aha. Sehr verdächtig. Okay. Lenke Andy ab, um ihn aus der Scheune zu locken. Okay. Ja, das kann ja interessant werden jetzt. Mh, 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 mh. Okay, Tür zu. Oh... So, how does a woman like yourself run this whole place? Oh, I managed just fine. Plus I had my boys to help out. I couldn't do it without them. Okay. Ah, lass den alten mal ein bisschen rumshakern. Vielleicht ist er da ein bisschen netter zu uns. War hier nicht irgendwo eine Werkzeugkiste oder sowas? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich geh mal kurz hier hoch. Mal gucken. Mal gucken. Okay, da kann ich schon mal nicht hin. Ne. Ja gut, ich wüsste was, wenn wir den Generator ausmachen. Ja, und da hinten ist die Werkzeugkiste, die steht da. So. Ein Werkzeug. Okay. Ich werde das nur für einen Sekunden schrauben. Aha. Okay. So, und jetzt hier. Knopf drücken. Klopp. Kein Strom mehr. Etch betch. So, und jetzt gehen wir wieder zurück. So. Okay, jetzt kommt er wieder. Aha. So, Türchen auf. Wir gehen wieder rein und dann können wir rein theoretisch Kenny den, äh, das Werkzeug geben. Oder? Ich habe ein Multitool gefunden. Ich habe etwas, das könnte mit dem Locken helfen. Okay, gut zu hören. Ja, 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 ja. Ist mir schon klar. Hey Leute, seriöslich. Don't fuck around with that. Come on, enough already. Ah, okay. Hat er sofort gesehen, dass wir da ran wollen. Der alter Lumpe. Okay. Okay. Gehen wir nochmal raus. Hm. Steckdose. Kann ich da den Stecker rausziehen? Nee, ne? Benzinkanister. Oh, das würde ich da aber nicht so stehen lassen. Gucken wir hier nochmal. Aha. Aha. Ja, hier, aufschrauben. Ja, da müssen wir erst ausmachen. So. Keilriemen. Ah. So, jetzt aber. schnell. Bevor der wiederkommt. Okay. 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 Jetzt aber zackig. Zack. Zwei noch. Ja. Und noch eine. So, jetzt wird's interessant, Freunde. So, jetzt ist es. Bist du nicht auf das Bande? Mittagessen. Was hast du in der Gegend? Wir haben Essen, aber Danny und ich immer noch haben. Wir haben viel Arbeit, um alle zu essen zu machen. Wenn wir etwas in den Wald schützen, Ich bezweifle, dass das Tiere sind, die da geschlachtet wurden. Aber wer weiß. Das war ein paar Jahre lang, und ich habe nicht zurückgekommen. Alle, schau mal, und ich fahre das Essen. Oh, das ist ein Freude. Ich könnte ein Hohes essen. Wo ist Mark? Jetzt, keine Angst. Ich habe bereits ein paar Essen bekommen. Du kannst ihn nur resten. Geh mir, wenn ich meine Hände zuerst? Der Räumen ist direkt in der Halle. Und sicher, dass du unter deinen Nählern bist. Du hast alles in der Hände geschenkt. Okay. Okay, okay, okay. Ich glaube, wir sollten ganz schnell nach unserem Freund Marc schauen. Aber das machen wir natürlich nicht mehr jetzt, sondern in der nächsten Folge. Meine lieben Freunde, es bleibt weiter entspannt. Ich hoffe, das bleibt auch so in den nächsten Folgen. Wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Aber ich freue mich schon sehr drauf. Und wenn ihr Bock habt, dürft ihr natürlich auch wieder sehr gerne reinschauen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns bald wieder und dann geht es weiter mit einer neuen Folge. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal und wie immer. Tschö. Mit Ö. Tschö. 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 Tschö.